Hallo, mein Name ist Kerstin Westphal und ich liebe Europa. Ich kandidiere für das Europäische Parlament auch in diesem Jahr wieder und Europa ist in der Tat unsere Zukunft. Europa ist ein Gefühl, Europa ist großartig. Europa kann Gerechtigkeit, Solidarität, Frieden vor allem und Freiheit, Toleranz sein, all diese Begriffe, die verbinde ich mit Europa. Da muss man sicherlich noch eine ganze Menge dafür tun. Aber letztendlich, dass wir über 70 Jahre Frieden haben, das verdanken wir unter anderem der Europäischen Union und dafür will ich weiter kämpfen. Ich will dafür kämpfen, dass rechte Nationalisten und Antieuropäer in dem nächsten Europäischen Parlament nicht vertreten sind. Europa ist die Antwort. Deshalb am 26. Mai die SPD wählen. Wir haben die Kooperation nicht in der Tat. Wir haben den